Hallo und willkommen zu diesem besonderen Böller Video. Werd scharf? Hallo werd scharf? Ja, heute haben wir diese Zipolla oder Chipoya Trick-Track von Pyro-Union in diesem echt schönen Bild hier der Frosch und die Zwiebel da hinten knallt es und die sind so teuer also ich werde jetzt tatsächlich einen für die Sammlung und zwei in dem Video zünden und viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen nur dass das hier 9,3 Gramm pro Stück sind weil das eben ein Verbund ist sozusagen und dann sehen wir uns halt nein erst aufmachen so, dann sehen wir uns bei der Zündung ja, das ist echt sowas fürs Auge gefällt mir so, jetzt geht's los ja ui ja, aber der Einschlag ist laut ja, das ist ein Erlebnis kann man schon so sagen also dann tschüss, bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns mal das ist ein E-Mail abonnen also dann sehen wir uns mal und dann sehen wir uns mal